Willkommen zurück! Neue Folge Master Effect Andromeda Was machen wir denn jetzt? Loadout... Unnötig... Terminal... Forward... Irgendwas. Wobei, rettet, wenn es einer lesen wollte. Ich glaube, es dauert runter. Wir sind jetzt die Uhr im Arsch der Welt. Hm... Wir können erst mal vielleicht das hier machen. Das ist die Basis, okay. Erstmal gucken, dass wir jetzt nicht da... Wir holen uns den Nomad... Nomad... Okay... Oh... Hm... Hm... Okay... 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 So ist das echt schnell und man kann es kaum steuern. Aber sehen tut man nicht viel, außer dass da links glaube ich... Ist das unser Schiff da vorne? Oder ein Schiff oder etwas? Man sieht eigentlich gar nichts. Okay... So... Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir... Okay... Das ist ein Schiff da vorne. Häu... Normal... Oh... Häu... Es geht mit ihm, dass du siehst... Ich brauche Hilfe hier. Jaaa. Easy, easy. Ich denke das ist es. Das ist echt ganz geil. Da nehmen wir unser Auto wieder mit. Was ist denn da? Hm, schon fertig. Warum ist hier so eine Linie? Ach so. Ich kann nicht die Ethnid aus. 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 Also was ich leider nicht beachten will, was halt cool wäre, es ist ja jetzt gerade mit den Mega-Feuern alles auf den Boden gegangen, aber das ist halt auch ganz normal, also wäre cool, wenn das da quasi so ein bisschen geändert hätte, wenn da ein bisschen was geschmolzen wäre, aber naja, so kann man wahrscheinlich auch nicht verlangen. Ähm, alle stehen schief. Was fühlt ihr denn? Wir können. Wir können. Wir können. Wir können. Wenn du hier bist, um Kett zu kämpfen, dann ist das gut genug für mich. Ich mag das Verteidig. Kett zählte Menschen. Sie nehmen unsere Familie und wir nie sehen sie wieder. Wer kämpft gegen uns muss, ist besser als sie. Also, würdest du sie kämpft? Ich weiß die Location des Labor Camps, wo sie mit meinem Lieblingsherr. Was ist Kett Labor Camp für? Differente Dinge. Sie legenen Menschen in den Häusern, manchmal machen sie arbeiten. Manchmal holen sie Angara, und wenn sie genug haben, sie verletzen sie. Und manchmal, sie töten sie. Hm. Don't be sorry. Make sure I don't lose more family. I'll get your uncle. Here's the nav point of the labor camp. Please hurry. Nils may not have much time. Die Temperature ist falling, Pathfinder. I'm reading a normal Temperature Range, Pathfinder. We can't get deep enough to take a proper sample. The odds is, do you think? If I had met her, we would have finished days ago. Try asking Armroll about it. Can I talk with you now? Thank you. Someone said they saw an Alien arrive at the Resistance Base. Cross Iron. Now here you are. I wish I could talk. I gotta get this sky cursed piece of junk working. It's been picking up weird interference for days. I can't transmit data to our colleagues in Talara. Is there something I can do? Maybe. I didn't think you'd be familiar with our machines. I need to take a break before I kill someone. If you want, feel free to poke around. Okay. High-powered communications array. Most likely for planet-wide communications. Makes sense. Anything on that interference the researcher talked about? I am detecting a signal. It is faint, but this equipment is sensitive. Pathfinder. I also observe a regular pattern in this emitted signal. It may be artificial. Ket? The signal has no identifiers. It is possible the Ket are disrupting or listening in on Angara communications. Oh. What is this here? Or NSA. Whatever. I am detecting below normal temperatures. Hey. You don't need to tell me that every time. I mean. Look around. There is a memory trigger. There is a memory trigger. You will take a break. 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 But we will take a break. You will take a break. Okay. I am failing. Da 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 da. Na das ist von mir so ein Kettdinger Ich glaube wir können das mal machen Tschüss Musik 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 So, ein bisschen haben wir zum Wissen, was für Tüttel schon war. Oh, was war die Gescheiße? 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 Also, was war die Gescheiße? Oh, was war die Gescheiße? Oh, was war die Gescheiße? ... Wait, wo kann ich mein Ding ans Launchen da unten? In der... Doch direkt da vorne, oder? ... Ja, was da war's denn jetzt sonst hier? Ist ja alles nur Cat. Und hier ist der Ambush. Ja, okay. Selten läuft einer einfach weg. Lächerlich ist ja, dass er jetzt ein bisschen weggelaufen ist. Ah. Das war jetzt halt mega easy snack. Wow. Lächerlich ist jetzt hier nix. Oder weiß denn noch mehr? Ach so. Oh. Das sind die Supplies. Cool. Ich habe das gar nicht gesehen. Okay. Das erledigt. Jetzt können wir so ein Ding herstellen. Na ja. Also ganz ehrlich. Das finde ich schon cool. Das ist hier echt so. Wie auf Eis ist. So. Man kommt hier nicht weg. So. Power Sons. Wo müssen wir hin? Da links. Da läuft irgendwas. Da ist ne Basis. A. Saggars. Dähm кровi? A. ày. Dajugofs bin. Ich versuch das ist das, Come L impedion. Ich könnezus den Angara empquert für diesequuspane mortiert. Oh, oh, oh. Hallo. Oh, okay. Das Wetter. Hast du es mal ein bisschen anders vorgestellt? Hier ist doch so ein Halsstrahler. Ich habe sie gerade alle getötet. Du brauchst es dir gar nichts mehr machen. Da ist ein Container noch. Alles mitnehmen. Hier ist noch hinten. Ach, wey. Hier ist es. Hier ist es. Das ist ja immer nur fest, okay. Da kommen wir jetzt erst noch mehr, Alter. Wo soll ich denn alle die Muni hier haben? Vielleicht die Looten dann? Da hab ich die Waffe gelootet. Erstmal ein Dada petten. Okay, ich werde das Bluff geben. Ich werde das Bluff geben. Ich werde die Bzwung geben. Ich muss jetzt mal ruhig. So, du bist auch ruhig. Ah, Muni wäre schon geil. Da ist auch noch einer, du bist ruhig. Danke. War ja auch gar nicht aufwendig oder so. Ja, du kannst gerne töten, das ist okay für mich. Oh, nice. So. Ist klar. Okay, wir müssen mal die machen. Okay. So, gibt es noch mehr drin? Nein, da kommen wir nicht raus. Wie auch immer. So, von hier kamen die gerade. Da sind Remains. Oh. Crazy Überreste. Doch Maya Remains. Oh, ich habe auch mega viele wegesnackt. Ja, komm chill du. Ich habe doch... Ja, ich bin doch dabei. Hi. Ich habe gerade mal ein Geräusch gehört, was mir nicht so gefallen hat. Ich habe gerade mal ein Geräusch. Ich habe gerade mal ein Geräusch. Ja, meistens. Nein, vielen Dank für uns, Japs. Wenn die Kett nicht zu beantworten, zu beurteilen Dinge, das ist auf sie, nicht auf sie. Siehst du was ich meine? Wir haben dich. Wie hast du uns gefunden? Seine Pfeil hat versucht, dich zu retten. Gut. Er hat Potenzial, Nilsch. Was hast du schon gesagt? Die Resistenz muss sich durchbreitet werden. Wir gehen zurück zur Base, schnell wie möglich. Was für die Daten? Wir müssen es um die Voxel, um sie zu starten. Interessant. Wir müssen uns auf die Resistenz für mehr als eine Resistenz. Kannst du uns auf die Tetschicks sagen? Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir nicht mehr Zeit werden. Was ist in der Kett? Eine Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett-Kett. Okay. Ich gehe da dort so schnell wie ich kann. Perfekt. Baakstel wird in der Arbeit. Ich kann mich wiederholen. Unter bestimmten Bereichen. Joll, wir haben eine Gruppe der Kräfte der Kräfte. Der Kräfte der Nilsch. Können Sie nutzen einen Bezug auf meine Bezug. Sie sind auf dem Weg. Es geht nicht. Auch wenn es so einfach geht. Dass ich eine Aktion gemacht habe von vier Leuten gerettet und zack alle leben mich. Geht's gut. Wenn du möchtest, kannst du jetzt in Tejix gehen und später mit Ephra sprechen. Die Wahl ist dein. Ich brauche diesen Datadrive zu Tejix. Ich kann später mit Ephra sprechen. Ich dachte, du könntest das sagen. Sehr gut. Wir sprechen mit Ephra, wenn du mit deinen Aufgaben hier fertig bist. Wohin denn jetzt? Das Speichern können wir nicht. Wobei, wie viele Skillpunkte haben wir denn? Fünf Skillpunkte. Barriere. Da brauche ich sechs. Mhmhmhmhmhmhmhmhmhm. 20% Weapon Clip. Spare. Amour. Das ist gut. Das erscheint mir nützlich. Welches Giftfäscher müsste ich jetzt aber auch 3 Granaten haben oder? Natürlich nicht, aber es gehen vier Schüsse in meine Waffe rein und hier zwei in den Dextrasi, okay. Alles klar, ja gut, bewegen wir uns jetzt mal nach der links. Da müssen wir hin, der Nomad ist einfach im Arsch der Welt, glaube ich. Oh, da hinten ist er schon okay. Dinger sehen voll komisch aus. Ja, ist doch Alien-Tech, ne. Oh, da hinten ist er. Remnant Sight ahead, Pathfinder. Hm. Hier ist gar nichts mehr. Aber meint er nicht, er meint er, dass er hinten meint er, ne. Oh, da hinten ist ja noch was. Was ist das? Da ist auch noch mal so ein Cat-Ding. Was ist das? Da ist auch noch mal so ein Cat-Ding. Okay. Wow, das ist gar nicht. Das ist richtig. Das ist der Grund für den Hintergrund. Das sieht aus wie ein Meteorite. Der Hintergrund wird von der EM-Radiation im Entfernen. Ich habe das Gefühl. Das Gefühl, später, Adi. Oh. Was ist das? Das ist das. 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 Gut, stopp. Wuh! Was? Ja, das Scam-Meter, das wollte ich doch gerade schon machen, ne? Pathfinder, I can modify your Omnitool to dampen the signal. Watch out! Those Oddies seem really mad! We are close to the source of the signal. Perhaps something about the frequency causes agitation in the beasts. I think we are safe for now. Sam, what exactly was going on here? The energies from this meteorite share similarities with the Scourge. It may have passed through it at some point. I suggest we return it to the Nexus for analysis. We could learn more about the Scourge. True. Disrupting comms, driving wild life into a frenzy. There is too much here to ignore. We need to study it. Hopefully the Heijara scientists won't have any more trouble with their comms. I am a fan of the Cure. 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 Well, what could we do as soon? man könnte ach da muss ich eh hin ja gut dann kann ich ja da quasi das Ding anholen und dann da hingehen tja ist klar ja gut Leute dann war es das wieder für diese Folge vielen Dank wieder fürs Zuschauen schreibt noch in die Kommentare was ihr bisher vom Spiel haltet oder lasst ein Like oder ein Abo da falls ihr es noch nicht habt oder whatever ähm sorry bisher finde ich das Spiel eigentlich sehr gut Grafikfehler mal unbeabsichtigt weil die sind teilweise echt echt behindert also sie sehen teilweise echt schlecht aus also ich meine ja keine Ahnung hier sieht man jetzt gerade also hier fällt mir jetzt auf eigentlich nichts auf aber gerade so Spiegelungen sind die echt ultra verpixelt die Spiegelungen ja Live Support ist okay und ähm na gut ähm dann sehen wir in der nächsten äh Folge oder nächsten äh den ganzen gehen wir hier zu dem TechX Typen da ja dann bis zum nächsten Mal haut rein tschau tschau tschau